Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film von Tobu. Mein Name ist Thomas und in diesem Film zeige ich euch die Einrichtung der Remote Home Funktion für die Smart Friends Box. Mit dieser Erweiterung ist es möglich die Smart Friends App auch außerhalb des eigenen Netzwerkes zu bedienen. Ein Hinweis an dieser Stelle für den Fall, dass sich später etwas ändert. Zu dem Zeitpunkt der Einrichtung am 22.11.2020 ist diese Funktion kostenpflichtig. Aber beginnen wir mit der Einrichtung. Zunächst öffnet man die Smart Friends App und in der App unten rechts über den Button mit den drei horizontalen Linien ein Untermenü, wechselt dort in die Erweiterungen und scrollt zu dem Eintrag Remote Home. Nachdem dieser ausgewählt wurde, öffnet sich ein weiteres Fenster mit einem Hinweis und einem weiteren Button Modul kaufen. Anschließend wird man zu einem Portal weitergeleitet, indem man den Button Erweiterung kaufen betätigen muss, der die Erweiterung in den Warenkorb ablegt. Über den nächsten Button Jetzt kaufen muss man sich zunächst als neuer Kunde registrieren. Hierzu sind Angaben wie eine E-Mail Adresse, ein Passwort, die Anrede, Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer sowie Postleitzahl und Ort anzugeben. Anschließend muss man bestätigen, die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. Über den Button Weiter kann man die gemachten Angaben kontrollieren und zahlungspflichtig bestellen. Zum Schluss erhält man ein kleines Dankeschön und den Hinweis, dass die Erweiterung in wenigen Augenblicken aktiviert wird. Das hat bei mir auch sehr schnell funktioniert. Zum Test habe ich WLAN am Handy aus und mobile Daten eingeschaltet und anschließend geprüft, ob die App gestartet werden kann. Bisher bin ich mit der Funktion zufrieden und gehe mal davon aus bzw. hoffe, dass das so bleibt. Wenn euch dieser Film gefallen und vielleicht auch geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.